Heute Abend Live-Stream, kommt unbedingt vorbei, ahahaha! Hallo, wie geht's euch? Junge, Alter. Hallo Alphastein, wie geht's dir? Mir geht's sehr gut. Heute ist ein schönes Wetter. Alle waren so nett zu mir. Ich hab' ein Video gemacht. Alphastein, es gibt ein kleines Problem, ne? Was? Unsere Stadt wird gleich angegriffen. Von was? Ja, von irgendeiner unbekannten Macht, Alter, weil wir diese komischen Aufgaben nicht erfüllt haben. Hauptsache, mein Haus geht nicht kaputt. Ja, das kann gut passieren. Junge, ich konnte ihre Aufgaben nicht machen, ich musste arbeiten. LOL! Was? Spitzhacke mit Efficiency 5 und Unbreaking, Bruder. Gerade einfach aus nem weißen Beutel gezogen. LOL, was? Doch. Oh, oh, warte mal. Äh. Ähm. Tobi? Ja? Hä? Hilfe? Leute? Hallo? Wollen wir zum Spawn? Ihr, kommt doch mal hierher! Was? Hydra?! Was? Oh mein Gott, oh mein Gott, ich hab keinen Bogen. Ja, Ripperoni an der Stelle, Alter. Nächstes Mal solltet ihr euch besser überlegen, ob ihr die Quest nicht einfach so vernachlägst. Okay, Bruder, warte, warte, warte. Ja, moin, Digga, wir sind zu dritt hier. Oh nein, die verbrennt alles! Was? Die darf nicht in die Nähe kommen, sonst verbrennt mein Haus. Ja, moin. Sieht ja hässlich aus! Hat die drei Köpfe... Ey, Digga, warte mal, kriegen wir die down? Warte mal, ist das nicht bei Hydra so, wenn man einen Kopf abschlägt, dass die... Oh Gott! Oh Gott, man kann die nicht treffen. Man kann nicht mit dem Bogen, man kann nicht mit... Oh doch. Doch unten, oder? Was? Ja, moin, Digga! Die darf nicht Richtung Friedhof schieben. Wir machen gar keinen Schaden irgendwie, ne? Hä? Nee, irgendwie nicht. Du, du kannst doch sowas von vergessen, Alter. Der Adam schreibt bei mir jemand. Hä, wie sollen wir die down bekommen? Schlag einfach! Ich glaube, man muss auf die Köpfe schlagen, man muss auf die Köpfe schlagen. Man muss die einzelne Köpfe... Auf die einzelne Köpfe, auf die einzelne Köpfe, auf die einzelne Köpfe, auf die einzelne Köpfe! Oh mein Gott! Alter, mach die Schaden! Junge, vergiss es! Ich mach so viel Schaden! Wollen wir einfach umziehen? Leute! Ah! Hilfe, Hilfe, Hilfe! Ich hab einen Kopf was down, ich hab einen Kopf was down, ich hab einen Kopf was down! Wo, wo, wo? Bei mir hier vorne, der? Der ist nicht fast down. Doch, der, der, der ist halb, der ist halb, der ist halb! Oh Gott, Alter, der ist so schwer! Hau mal mit drauf, hau mal mit drauf, hau mal mit drauf, hau mal mit drauf! Dead Adam schlagt den dritten... Oh mein Gott, ich verbrenne! Alter, ich hab so Angst! Ey, Digga, wir müssen den einen Kopf abschlagen, der eine ist schon fast down, guck mal! Ich mach irgendwie keinen Schaden, hab ich das Gefühl! Du musst auf die Köpfe haben! Das Vieh macht so einen Schaden, ne? Oh, ich hab dich geschlagen, tut mir leid! Oh Gott! Was passiert? Ein Kopf ist ab, ein Kopf ist ab! Ein Kopf ist ab, okay! Die anderen beiden, die anderen beiden, die anderen beiden, die anderen beiden! Oh mein Gott, oh mein Gott! Alter! Kann man die auch mit dem Pfeil... Hä, der Kopf ist wieder da! Ja, Digga, wir müssen es beeilen, wir müssen es beeilen! Der Kopf ist wieder da, was sollen wir machen? Wir müssen immer weiter Köpfe abschlagen, wir müssen immer weiter Köpfe abschlagen! Ja, wir können das! Wir kriegen die allein nicht down! Das war wegen einem Brunnen, Alter! Wegen diesem einen Kackbrunnen! Ich hab OP-Apfel genommen, ich hab recht viele Herzen! Hast du einen? Ja, ja! Aber sie hat übel Schaden genommen, guck mal! Sie kriegt ja übel Schaden! Komm, sie ist verwundbar! Die Spinde! Komm, die ist gleich tot! Komm, Leute, die ist gleich tot! Alter! Schies, Mann! Mann, das war wegen diesem einen Brunnen einfach nur! Was? Hau mit drauf, hau mit drauf, hau mit drauf! Alles gut, ich mach... Oh mein Gott, ich hab drei Herzen verloren, ich hab drei Herzen verloren! Ich mach richtig Damage, ich mach richtig Damage, Digga! Ja! Sie ist fast down, sie ist fast down! Komm! Komm, weiter, 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 weiter! Oh mein Gott, Junge! Was, Alter? Uh! Alter! Ja moin, Bruder! Silvester! Okay, weg hier, weg hier, nicht wenn die explodiert oder sowas! Haha! Crazy! Hat die irgendwas gedroppt? Hier, da steht irgendwas, ich sollte die Quest noch einmal versäumen, so werden die Götter nicht mehr auf eurer Seite stehen! Ach, hast die irgendwas gedroppt? Ne, 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 ich glaub nicht! Hä? Was droppt die normal irgendwo? Aber wir haben alle einen Erfolg bekommen, den hat kein anderer! Stimmt! Es gibt aber normale Trophäen! Weil ihr, weil ihr, weil ihr 31er seid! Weil ihr einfach ohne die anderen Leute einen Boss töte, die Asis! Hä? Digga, wenn die nicht da sind um 17 Uhr, was sollen wir machen, Alter? Es wurde nur irgendwo 17 Uhr mitgetaucht! Steht doch im Discord, Junge! Du Affenkind, Alter! 31er nennt er mich, Alter! Wir machen das zusammen! Hä? Ja, schade, ey! Aber wenn ihr nicht lesen könnt, was kann ich denn dafür? Sollen wir die einfach hier rumlaufen lassen, alles verbrennen lassen, oder was? Was wollt ihr jetzt von uns? Hey! Ich dachte, wir machen das nicht da ansehen! Ich dachte, wir machen das nicht da ansehen! Ach, Mann! Ich denke, was ist mit deiner Stimme los? Okay, Leute! Egal, wir haben die Hydra geklatscht! Easy! Die hat so kranke Sachen gedroppt! Simon, die hat 36 Leder gedroppt! Da kann ich mir endlich einen Lederanzug machen! Digga, komm, wir müssen die Stadt verlassen! Die Leute sind 31er! Hä? Seid ihr dumm? Leute! Da steht doch, dass ihr... Da steht 17 Uhr! Wenn ihr nicht lesen könnt und zu spät kommt, was sollen wir machen? Okay, ganz ehrlich, Leute! Diese Hydra! Absolut gestört! Absolut geschürt! Aber wir haben sie auf jeden Fall weggerackt! Ihr seid alle so nett! Was ist denn mit dir? Ich liebe dich! Okay! Oh! Alle tapperen Kämpfer hatten eine kleine... Ja! Ja! Wo? Hä? Was ist das? Oh mein Gott! Tribal Leggings, Digga! Hallo! Wow! Was ist denn das? Ich verstehe nicht, warum... Oh, ich habe auch das bekommen! Echt jetzt? Ja! Warum? Du warst nicht dabei! Doch! Scam, Junge! Nimm das weg! Hallo! Nein! Junge, was ist das denn für ein Reward? Oh mein Gott! Tobi! Oh mein Gott! Ganz ehrlich, klatsch dir mal, Stegi! Wie denn? Mit was? Mit deiner Waffe, die du in der Hand hast! Ich baue jetzt eine kranke Villagerfarm, Stegi! Willst du helfe? Ja! Die kommt uns alle zugute! Okay! Zugute kommen die uns! Soll ich nicht gleich mit meinem Boot anfangen? Ja! Bau dein Bot! Und die... Ich baue eine Villagerfarm, die kommt uns zugute! Okay! Ja! Wie soll ich jetzt hier reinkommen? Von oben! Wieso sind hier Schafe? Ich bin eine Ente! Wir müssen die Villager hier noch herkriegen, ne? Ich bin eine Ente! Hol mal! Ich bin eine Ente! Minecraft! Er lebt! Ja, natürlich! Ich dachte, der Minecraft wäre tot! Nein, der ist weggeschwommen! Der ist nicht nur... Weißt du, ich habe den... Also der ist ja immer an die Wand geschwommen, ne? Ja! Ja, und da ist er irgendwann mal woanders hingeschwommen! Alter, Minecraft... Oh, Leute! Minecraft lebt noch! Das ist der schönste Tag in meinem Leben! Kann man Villager eine Leine nehmen? Ich glaube schon, ja! Ich hole Harald jetzt rein! Nein! Lass doch mal... Harald muss bumsen, Alter! Man, Harald... Ich... Der... Soll ich jetzt da gar nicht einmischen? Ich hole jetzt Harald! Komm, Harald! Nein! Die zwei waren als Erster! Wenn du den... Ich töte ihn! Nein! Ohne Witz, Tobi, das ist gut! Weil der ist ein Pharma-Youtuber! Und der kann nämlich das Feld wieder neu bestellen! Er ist kein YouTuber! Er ist ein Villager! Und zweitens... Er kann das Feld nicht neu herstellen! Doch, das machen Pharma-Youtuber! Da! Harald hat sich verliebt! Siehst du? Harald hat direkt Bock, Alter! Das war nicht wegen Harald! Das war wegen dem weißen Boy! Hä? Da! Ja! Ja! Ja, aber guck mal, die beiden werden jetzt bumsen! Oh, der will poppen! Der will mit dem weißen poppen! Der hat das kaputt gemacht! Harald! Hey! Nein! Harald, das machst du bitte wieder ganz! Der war doch grad verliebt! Der ist Fisherman! Was für Farmer! Der ist doch hier Farmer, der Harald! Der Harald ist Fisherman! Der ist doch Harald, der hier! Der ist Fisherman hier! Nein, der ist Farmer bei mir! Hä? Was verkauft der bei dir? Hä? Jetzt steht hier ja Farmer auf einmal! Bei mir steht aber oben Fisherman! Da! Ja! Der weiße liebt! Komm, macht, poppt! Ja! Ja, der liebt! Ja! Ja! Doppelliebe, doppelliebe! Komm! Guck mal, der liebt mich! Was? Ich geh mal weg hier! Ich will dich nicht stören! Digga, das ist ein Teier gerade! Irgendwie! Aber Harald, jetzt kommt jetzt der weiße in den Loch! Aber Harald nicht mehr! Der poppt jetzt rum! Ich glaube, je mehr man hat, umso mehr haben die Liebe! Ich will einen romantischen Sch*** zu machen! Jetzt soll es losgehen hier! Rambatamba! Da! Oh, der weiße will den anderen jetzt! Alter, das ist wie so ein Soap! Das müsste man einfach kommentieren! Spiel mal du den Weißen! Spiel du den Weißen! Ich mach den anderen! Oh, Harald! Ist schon etwas länger hier! Du bist neu hier im Gehege! Also, ich bin ein bisschen nervös! Ich find's gar nicht cool hier, was du gerade machst! Oh, ganz ehrlich! Ich krieg immer diese Herzen über meinen Kopf, wenn ich die sehe! Nein, nein! Also, ich komm mal der andere! Oh! Hä? Jetzt will er auch! Hä? Können die nicht einfach mal gleichzeitig geil aufeinander sein und missgestalten? Junge, ich hole jetzt auch Christoph, mir reicht's! Da kommt ein anderer! Oh, von hinten! Oh, das wird Action! Guck mal, es sind zwei Herzen! Ja! Alter! Ja! Ja! Komm, macht was! Ja! Da ist eins! Da ist ein kleines Kind drin! Da ist einer! Das ist immer voll hässlich! Ja! 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 Love Island war ein Erfolg! Ja! Man weiß nicht jetzt, wer der Vater ist! Was sollen wir machen? Ich war im Gang-Wing hier gemacht! Ja! Alle ganz alleine da hinten so! Ich will ihnen die eine abreden! Hallo! 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 Möchtest du Love Island besuchen? Love Island? Unser Villager-Projekt! Ah! Habt ihr eine Farm gebaut? Ja, vielmehr ist es halt wirklich Love Island! Also, es ist halt wirklich was Besonderes! Du musst dem Brot geben, damit ich nicht sprach! Das stimmt doch nicht mit dem Brot, oder? Wenn du das glaubst, dann bist du dumm wie Brot! Ich versuch's! Hier, Leute, einmal Brot! Du rötest doch auch grad mit dem! Hätt ich mir das Brot wirklich genommen! Hä? Ja, aber die essen es doch nur! Die planten sich doch deswegen nicht fort, oder? Ja, ihr sollt es nicht nur essen! Jetzt macht doch miteinander Liebe! Ich glaube, Brot ist sowas wie Viagra für die, wisst ihr? Die werden davon geil, wenn die Brot essen! Aber die sexuelle Spannung baut sich langsam auf! Merkst du das? Guckt da! Alle werden ratten scharf, Tobi! Kommt schon, ihr zwei! Tut's miteinander! Hört auf euch mit Kartoffeln zu bewerfen! Jaaaa! Mann! Tobi! Hallo! Es ist eine kleine Kackgeburt rausgekommen! Was ist das für ein Mensch? Den brauchen wir nicht! Was ist das für ein Mensch? Komm, wir holen Lava! Was macht... Nein, nein, nein! Du kannst doch jetzt nicht töten! Doch, wir müssen den umbringen! Nein! Liebe alle das! Euer Neugeborenes wird nun! Nein! Umgebracht! Umgebracht! Du brauchst Spawnmiel, oder was? Komm mal mit, ich zeig dir was! Wo ist denn die Mob-Warm? Komm mit, ich zeig dir was! Wo ist die Mob-Warm? Hör auf, bitte so zu reden! Wie rede ich denn? Ich suche nur die Mob-Warm! Dann gehen wir jetzt zum Mob-Warm! Unger Dragon-Skelett-Spawner, Leute! Wo ist denn der? Sollen wir zu ihm gehen? Er hat ihn nur rein! Dragon-Skelett-Spawner? Ja! Glaubst du, Unger darf... Wir dürfen uns hier bedienen bei Unger? Ja, eigentlich egal, oder? Wo geht's denn hier runter? Hier! Nicht den kaputt machen! Guck mal da hinten! Da ist ein Spinnenfarmer! Hier ist... Was ist denn das? Was ist das für ein Mob? Also ein Zombie! Ja genau, hier ist noch... Hat der wirklich... Eine komplette Skelettenfarm, die man so auch gut hernehmen kann? Guck mal, hier! Jetzt geht's hier runter! Ich weiß nicht, ob wir hier rein dürfen! Oh, hier geht's weiter! Guck mal! Oh, ich hab das Skelett gehört! Ich glaub, hier drinnen ist es! Ja, ich seh's hier gerade! Ja, hier, hier, hier! Ich hab's! Oh! Alter, sind's viele! Meint ihr, man darf die Knochen aus der Kiste hier nehmen? Ja, safe! Okay, ich hab jetzt mal zwei Stacks genommen! Komm! Ja, warum nehmen wir nicht mehr? Ja! Nee! Vielleicht brauchst du die ja doch noch! Die Lootbags und sowas kann man sich ja auch snacken, weil er hat ja so viele davon, ne? Nein, ich nehm da nichts! Hab ich auch nicht! Also ich mein, ich glaub, die normalen Lootbags, die kann man nehmen! Aber... Ich hab mir sechs Epic genommen! Kommen wir genauso! Sechs Epic Lootbags genommen? Nee, ich nehm keinen! Ja, er recycelt die Knochen sowieso! Ja, seht ihr! Wie hast du Bock mit mir gleich einen Dragon zu besiegen? Love Island! Ja, Love Island kann ja weitermachen so lange! Ich bin süchtig nach meiner Soul! Ich mach unbedingt Drachenblut! Dann hab ich so ein, äh, Feuerschwert! Okay, also hast du dann Bock oder nicht so? Nee! Okay, mach ich allein! So, mach mit, was? Ich komm mit! Kann ich mal kurz deinen ganzen Kartoffelmehl haben? Kartoffelmehl? Bauenmehl! Das Bauenmehl ist in der Kiste von unten, von der Farm! Ist die Farm fertig gewachsen? Weiß ich nicht, hab ich nicht geguckt! Kann sein! So, wir werfen mal die Eier hier! Ich versuche jetzt einfach einen Dragon mit 20 Pfeilen noch zu besiegen! Aber ich kann mir noch welche craften! Das wird nicht funktionieren, Bro! Ich bin letztens auch daran gestorben, als ich zu wenig hatte! Nee, nee, ich habe ja gute Rüstung und so auch! Musst aufpassen! Das ist nämlich alles ziemlich komisch gebaut, weil ich hatte sehr, sehr wenig Redstone nur! Können wir nicht mehr um die Seeds hier! Aber das Weizen kann ich dir geben hier, zack! Oh ja, das würde unsere Love Island Contestants freuen, meine Freunde! Die werden auf jeden Fall mit dem neuen Brot, da wird auf jeden Fall ordentlich Jaujui gemacht, Alter! Irgendein Mending Villager muss doch da spawnen, Alter, im Love Island Puff! Ähm! Was? Nee, ich dachte, ich habe gerade was gehört! Digga, die machen immer den gleichen! Ja, lass die doch! Irgendwann kommt schon der Richtige! Was brauchen wir denn für einen? Der ist so einen mit einer weißen Schürze! In Love Island läuft es richtig gut, Adi, wirklich! Echt? Ja! Was machst du gerade so, Rafe? Ich kümmere mich um Love Island, dass ich einen Mending Willinger bekomme, damit ich meine Rüstung verzaubern kann! Bist du dann cool? Ja! Okay! Der eine ist verliebt, aber der andere nicht! Jetzt komm, lieb ihn doch, Pastor! Der Pastor will nicht mit dem anderen Sex haben! Oh! Komm, komm! Ja, ja! Stecken rein, Herr Pastor! Stecken rein! Komm, komm! Komm, komm! Der eine ist die ganze Zeit ratzig, aber die anderen... Ihr werdet immer unterschiedlich schnell ratzig, Leute! Ihr müsst gleichzeitig geil werden! Versteht ihr das nicht? Du kannst jetzt nicht mehr, dass das Kind dazuguckt! Hallo! Hallo! Irgendwie so abgefahren, dass man die auch züchten kann! Menschensucht! Ja! Oh, alle drei? Ja! Da ist wieder einer gespawnt! Und schon wieder ist es ein Priester! Ich raste aus! Mann, Alter! Hört doch auf, Priester zu zeugen! Love Island, bitte! Wir brauchen einen von denen hier! Von diesen Bibliothekaren! Dizzy, ich habe was für dich! Was denn? Möchtest du ein Manticore haben? Ein Reitier, was man immer fliegen kann? Äh... Ja! Okay! Dann musst du jetzt nur die magischen Worte sagen! Äh... F*** mich! Aaaaaaah! Das war richtig! Dieser Spasti, der wohnt in so einem Stein drinne, Alter! Bist du gerade in seinem Haus? Er hat sich so eine Bar gebaut! Ja! Da war ich vorhin auch schon drin! Ich fand's funny! Junge, dieser Trottel, Alter! Ja! Hey, jetzt aber gut! Ich lass nichts auf meinen Bro-Alphastein kommen, okay? Hab ich's da? Okay, Dizzy, ich bin noch bei der Geburt eines Manticores dabei, ja? Okay! Kommst du zu mir? Oder soll ich zu dir kommen? Boah, Junge, warum bist du so weit weggezogen, Alter? Du wirst sehen! Wenn du die Aussicht das erste Mal erblickst! Da, wo so eine Cobblestone-Terrasse ist? Ja! Absolut belastend hinzukommen, aber mit meinem Philipp Schneiger geht das! Hallo! Guck, hier ist Till Schneiger! Swaggy Rüstung! Guck mal, hier ist Till Schneiger hier raus! Wie kann ich meinen Huhn hier wieder rein verfrachten? Das ist abgehauen! Du bist so alleine eigentlich! Du hast so einen Huhn! Zwei! Da hinten ist noch eins! Ich liebe dich, Digga! Ich bring das jetzt um! Leg das hier mal mit Rechtsklick auf den Boden! Und warte ab! Okay, ich bleib hier! Jetzt musst du ein bisschen warten! Und dann kannst du dem Ding später einen Namen geben! Mit dem Sattel, wenn es ausgewachsen ist, kannst du es fliegen! Okay! Da ist es! Ah! Okay! Wo gebe ich den Namen ein? Swaggerjack! Dizzy! Das ist dein eigenes Manticore! Viel Glück! Dankeschön! Mann, ich hasse den Namen! Ich war unter Druck! Ich hasse den Namen! Er gibt ihm so einen Namen! Ich hasse ihn! Immer wenn ich Swaggerjack sehe! Raste ich aus! Raste ich aus! Kriege ich Wutkick! Aber der ist cool! Der ist sogar schwarz! Passt zu meinem Schokobrick! Ja! Siehste mal! Das ist alles nur, weil ich so ein guter Freund bin! Ja, ich merke! Und wenn ich irgendwann mal Hilfe brauche, musst du für mich da sein! Ja, das überlege ich mir! Verpflichtung auf ewig! Auf ewig! Nein! Was? Dieses Scheißhuhn ist abge... Junge, du hast seit 3, 4 Stunden Probleme mit einem Huhn, Digga! Nein, nein, nein! Wie mache ich eine Leine? Weiß ich nicht, Bruder! Gut, meine Freunde! Das war's von der heutigen Folge von Love Island! Es ist auf jeden Fall echt einiges passiert bei Love Island! Also man kann auf jeden Fall sagen, unsere Contestants haben wirklich eine Menge, Menge, Menge Spaß gehabt hier in Love Island, Leute! Wir sehen uns dann wahrscheinlich am Dienstag wieder, Leute! Dienstagabend, ihr wisst Bescheid! Guckt mal hier, Leute! Es wurde auf jeden Fall hier richtig heftig gebimst, Alter! In Love Island! Es läuft auf jeden Fall richtig rund! Das war's von diesem wunderschönen Stream! Ich bedanke mich bei euch! Wir sehen uns Dienstag um 18 Uhr wahrscheinlich wieder! Los, Leute! Macht's gut! Haut rein! Bis zum nächsten Mal! Auf Wiedersehen! Bis zum nächsten Mal! Tschüss! Tschau Rouge! Ciao richtig! ALLENG 시간이. Bis zum nächsten Mal.